Nein! Alter! Nimm mir ein... 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 ein Höhchen! Boah! Ich kann's grad nicht fassen. Lass uns das doch mal mit einigen wenigen Fackeln an den Rändern markieren, damit wir das wiederfinden. Nein, jetzt bin ich rausgefallen. Oder? Ja, würd ich mal so sagen. So hier... Oder damit du nicht im Dunkeln da reinfällst. So. Alter! Okay, dann wiss... ach, wiss ich. Weiß ich... was... Also willst du? Ey, willst du? Dann weiß ich, was als nächstes machen. Weißt du das? Ja. So, wie war das? Darf ich ja auch zwischendurch Robot-Deutsch sprechen oder Hochdeutsch, wenn ich das mal könnte? Ist dir egal, oder? Ja. Kannste machen, aber dann bitte nicht zu viel Hochdeutsch. Nicht zu viel Hochdeutsch. Sonst verstehe ich hier wieder nichts. Oh Gott. Na ja, gut. Ah, ich hätt den unter müssen... Am besten so ne Mischung. Ja, dann komm ich... ja, kanns machen. Mischung. Mhm. Äh... Wo ist die Hüt? Äh... Ja, wo ist der Bitsche die Hüt? Ah, da. Da. Da, 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 da. Wo denn da? Da. Ach, ich muss... ach so, da. Ah ja, freilich. Da. So. Die sieht man gar nicht. Nee. Wie ist denn der Stand der Sonne? Hm, in der Mitte. Also Mittag. Irgendwie ist das hier dunkel. Ich glaub ich musste, oder du musst, oder wir müssen die Helligkeit nochmal... äh, machen wir noch. Oder? Sollen wir jetzt machen? Ja, lass uns erstmal so ein, zwei Tage ins Land ziehen. Okay. Ja, ähm, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt war der Anfang so ein bisschen schnell. Ja, da wurde uns fast alles geschenkt. Also ich würd jetzt mal so die Standardsachen machen, die wirklich alle spannend finden. Eine Schaufel craften. Haben wir eine? Hab ich schon. Äh, hast du eine Axt? Hab ich. Hast du eine Spitzhacke? Hab ich. Hast du eine richtige Spitzhacke? Nö. Ja, dann brauchen wir Stein. Eine aus, 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 aus Cobblestone. Aus Pflasterstein. Ach. Ich bin jetzt schon wieder hier an dem Mikrofon am rumpupeln. Pupeln sagt man nicht. Genau. Ja, hier gibt's... Das holste... Das fällt jetzt schon wieder runter. Das hängt mir schon fast in die Kniekebel, das Mikrofon. Im... Im Wasser dauert das viel länger. Ich weiß, aber ich hab keinen Bock so weit zu laufen. Gut. Einmal Luft. Unterirdisches... Äh, unterirdisches? Nein. Unterwasser Cobblestone abbauen. So. Das reicht auch für eine Spitzhacke. Genau, eine Spitzhacke. Äh, ein Schwert haben wir auch. Ja, aus Stein. Wie viele Schafe haben wir denn da? Ja, da ist ein... So dass wir dann mindestens zwei in der Nähe haben, die sich dann zu einer mächtigen Schafarmee ausweiten können. Genau. Verwehren können. Ähm, so. Jetzt... Das sind doch alles Stöcke, oder nicht? Ja. Achso, weil das so ein Durcheinander ist. Ah, nein. Ähm, Spitzihacki. Die anderen kann man ja... Hast du eine Kiste? Ähm, ne. Äh, doch. Klar. Ja. Wo ist die denn? Ja. Keine Ahnung. Hä? Hast du die nicht mitgenommen? Na klar hab ich die mitgenommen. Ist das nicht die Kiste da? Ich zeig mal jetzt mit dem Finger drauf. Ne, da. Das ist... Ja, das... Das wollen... Ja. Ne, hier das. Das ist Birkenholz. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ist ja... Ja, dann... Vielleicht hat dein Hosentaschen noch. Ja. Ähm, was wollen wir denn jetzt machen? Also, wir können ja auch mal eben schnell in die Höhle da hinten. Aber erst... was essen? Ach, da ist Brot. Genau, pass auf. Also, ich würd' ja vorschlagen, vielleicht, äh, die Hütte einigermaßen ausbauen. So ein, zwei Fenster und ein Dach. Okay, ja. Dann brauchen wir Holz. Und vielleicht ein bisschen Nahrung, wenn die Monster kommen? Wir haben ja noch sechs Brote. Ach, die waren in der Kiste. Und die Kiste ist nicht mehr da. So. Ähm, dann machen wir uns jetzt erstmal ein Dach, ne? Mach du uns ein Dach. Genau. So, so, so. Ja, dann mach ich noch einen höher. Damit das Dach auch nicht so, so tief ist. Damit wir uns nicht den Kopf stoßen. Also, ich bin ja jetzt schon gespannt. Ich weiß ja nicht, wie lange wir da spielen werden. Also, insgesamt. Ob diese Hütte nur so eine Station bleiben wird. Ein, ein, ein temporärer Spawning Point. Äh, oder ob daraus irgendwann so eine Art Palastvilla irgendwas werden wird. Ach, wie wär's denn wie letztes Mal, als wir diesen Fehlversuch hatten? Mit, mit einem Glasdach. Ja, dann hol ich uns mal ein bisschen Sand. Ja, und wenn wir unterwegs einigen Monstern begegnen sollten, dann... Ne, gut Holz. Hier war grad... Hier war grad... Äh... Ach, egal. Können sie auch in die Hütte. Da ist Sand. Da ist doch direkt die Hülle. Also... Dann zückt die Schaufel. Hab ich schon. Was wollte ich noch sagen? Also, wir haben keine Musik, außer die default Minecraft Musik, die ja ganz selten reinkommt. Aber da werden wir uns wahrscheinlich nach und nach auch noch drum kümmern. Ähm... Die Erde wurde ja auch nicht an einem Tag gebaut. Das ist voll der Kalenderspruch. Also, ich hab jetzt grad den ersten Kalenderspruch äh... Abgerissen. Von meinem imaginären Kalender. Äh, Kalender. Ja. Erst so einen auf schlau machen und dann nicht sprechen können, ne? Genau. Kripa. Kein Kripa. Oh, jetzt ist es aber sehr... Das sieht schön aus. Ich find das auch schön. Ne, ist mir jetzt auch egal, wenn einige sich sagen, boah, ich hab Macken gespielt, das ist äh... tausendmal schöner. Ne, das was man grade sieht, ist schön oder nicht schön? So, dafür haben wir dann den Ofen, das... Aha. Also nicht wie letztes Mal... War das meine Nasen nebenhöhlen? Warst du das oder war das ein Zombie? Ne, das war ein Zombie. Also, ich hoffe, dass es nicht wie letztes Mal wird. Da bin ich aus dem Haus gegangen und... Zischbumm hat's dann gemacht. Zischbumm, ja. Ja, vielleicht guckt der Zombie durchs Fenster rein. Oh, nein. Also die Nachbarschaft kommt jetzt, äh... Ich mach hier erst mal das Dach zu, weil ich hab draußen die Treppe. Ach ja, und die Spinnen und so weiter und so fort. Und auch die Kripa können springen. Und alle können springen. Also die Nachbarn, äh, machen sich hier vorstellig. So, ähm... Sollen wir mal ein bisschen rauskämpfen gehen? Neben uns ihre Aufwartung. Ja. Von hier aus, wie gesagt. Du bist ja der Boss. Vielleicht mach ich irgendwann auch noch ein Let's Play und dann... Ist mir egal, was du sagst. Ah, hallo. Hi. Okay, der erste Zombie... Der hat so ne Ketchup-Presse. Oder? Kaufsache kein Kripa. Dann... Noch einer. Ich hör noch einer. Oh! Nicht nur einen. Ich hör direkt drei. Aua. Aua. Da kommt noch ein weiter. Ja, da kommt noch ein paar. Hier nicht. Aua. Ach, da kommt noch einer. Hier. Ganz. Noch. Mann. Was kommt denn da? Ich hab da noch einen gehört. Aua. Aua. Nein, nicht ein Püpe. Oh, nicht noch einer. Was machen wir denn jetzt? Ne, das ist ein Schleimi. Vielleicht... Aua. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, du warst zu nah dran, möchte man gerne sagen. Schon wieder hat sie Sprung gemacht. Und da ist so ein... Erste Loch. ...slimy, slimy Dinger. Ja, lass den mal rumschleimen, den Schleimer. Aua. Ach, ach. Ach, jetzt reicht sie. Aber, ach, Mann. Oh, ich hab jetzt schon einen Herzinfarkt. Reicht. Also das erste Loch im Boden schonmal. Ah. Hast du das denn gesehen? Ich weiß nicht. Ich seh alles gerade. Ach. Sicherheit. Versuch mal zu schlafen. Und die Nacht ist noch so lang Also ich hab Angst vor diesem Slimeys, weil die sich immer verbreiten dann Ja, aber ich glaub, die tun einem nichts, wenn man denen nichts tut Wie geht ein Bogen? Einen Bogen, den können wir jetzt nicht machen, weil uns die Zutaten fehlen Die Zutaten Also wir brauchen Seide von einer Spinne, die haben wir noch nicht getötet Aber wie gesagt, ich mach hier nichts, ich laber nur Und es ist ganz schön unanstrengend für mich Ja, für mich, aber... Hallo? Da ist noch ein Creepy Wo, 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 wo? Irgendwo, weil du hast dich jetzt tausendmal gedreht Und schnell wieder rein Ich bin ja so feige So, was haben wir denn? Also du brauchst... Du brauchst, ähm, du wolltest wissen, wie ein Bogen geht? Genau, ja Ähm, du brauchst Seide Und dann brauchst du Stöcke Okay Das heißt, du musst einige Spinnen killen Aber dann brauchst du auch noch Pfeile Die kriegst du entweder von getöteten Skeletten Ähm... Hörst du mir noch zu? Äh, ja klar Also Pfeile Entweder von getöteten Skeletten Oh, noch einer Ich hab schon mal gedacht Okay Wie kann man den übersehen Oh, wir müssen jetzt Mal eben schon eine Aufnahmepause machen Und zwei Hier